Mann, verdammt, ich will mich eigentlich um mein Geschäftsmodell kümmern, Kunden gewinnen und jetzt muss ich mich mit solchen Dingen rumschlagen, mit solchen Kleinigkeiten, die mich nur abhalten und ich keine Ahnung von habe. Jetzt habe ich zwar diese neue Webseite vom Webdesigner gemacht bekommen, sieht hübsch aus, aber jeder fragt mich natürlich, wie kriegst du da Besucher drauf? YouTube, Facebook, bloggen, viel zu viel. Sag mal Lisa, du bist selbstständig, hast zwei Kinder, du hast einen durchgetakteten Alltag. Wenn ich dich nach den neuesten Marketing-Tools frage, hast du immer eine Antwort für mich. Wie machst du das? Das ist dank der Online-Academy ganz einfach. Wenn meine Kinder schlafen, locke ich mich einfach ein und kann zeit- und ortsunabhängig von zu Hause aus lernen. Erfahrene Unternehmer teilen mit mir ihr Wissen und vermitteln mir alles über Online-Marketing, aber auch Steuern und Recht, was ich wissen muss. Und wenn ich doch noch Fragen habe, gehe ich einfach in die starke Facebook-Community. Das schaue ich mir auch mal an. Unsere Online-Academy ist deine Abkürzung in eine erfolgreiche Selbstständigkeit. Wir vermitteln dir das aktuellste Wissen und holen dich genau da ab, wo du gerade stehst und bieten dir einen Fahrplan für die ersten zwölf Monate an. Ich bin Ute, ich bin knapp fünf Jahre selbstständig. Ich habe im letzten Jahr begonnen, Online-Kurse zum Thema Social Media und Newsletter-Marketing zu verkaufen, die ich mit unserem dritten Mitglied, Diana, verkauft habe. In diesen Online-Kursen war ganz stark das Feedback, dass es ohne die Community nicht den Lernerfolg gegeben hätte. In den Feedbacks kam raus, also in den Umfragen, die ich auch immer wieder während meines Kurses gemacht habe, die Community war unverzichtbar. Der Austausch mit gleichgesinnten Unternehmern, die vor den gleichen Problemen stehen. Ja, und wenn du dir erstmal einen Eindruck von uns vermitteln willst, dann besuche uns auf unserem YouTube-Kanal oder höre dir unseren Podcast an. Lies in unseren Blog rein und verschaffe dir einfach einen ersten Eindruck von uns und lern die Online-Academy unverbindlich kennen. Wir arbeiten für unsere Inhalte, die auf die Online-Academy kommen, mit Kooperationspartnern aus der Region, hier auch aus der Region Karlsruhe zusammen. Zum Beispiel mit Rechtsanwälten, mit Steuerberatern, mit Markenexperten. Und zwar greifen wir auf deren Erfahrungsschatz zurück. Die sind Selbstunternehmer, die wissen, was die bedrückt. Und wir digitalisieren ihr Wissen. Das sind typischerweise Personen, die haben eine hohe Erfahrung, aber sind noch nicht so online sichtbar. Damit generieren wir eine Win-Win-Situation. Der richtige Kontakt kann dir am Ende viel Zeit sparen. Zeit, die du in deine Stärken investieren kannst. Vielen Dank. Vielen Dank.